So, abseilen, bitte. Im Spiel muss man sich abseilen, glaube ich. Machen wir den Start? Ich glaube, wir machen Straße nicht. Doch, machen wir mit. Doch, hab auch drauf. So, und das ist halt hier ein bisschen ein bisschen kniffliger. Hier muss man sich die Augen aufhalten. Ich tu mir jetzt schon wieder Schalldämpfer drauf. Komm doch den. Finde ich schön. Stimmt, hast recht. Okay, los. So, weiter geht's. Ich geh jetzt zum Polizeiauto. So, einen Gegner seh ich schon. Ich hör schon. Ah, ich seh den auch. Boah, fuck, ey. Alter, der will nicht sterben, der Wichser. Der will nicht sterben. Eliminiert. Wer muss wieder eingreifen? War nur ein Typ hier auf der Straße? Wo sind die anderen denn? Ah, da kommt noch einer. Einer kommt. Der ist auch tot. Ich geh jetzt zur Dings hin. Wo sind die? Ah, da. Fuck, 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 fuck. Ich muss in Deckung gehen, sonst bin ich gleich wieder tot. Schatze, ey. Okay. Ich geh mal zum Taxi hin. Wow, fuck. Da kommen welche. Von der Bucht. Von der Bucht, die da ist. Haben mich aber nicht getroffen. Wie wirfst du nochmal die? Ich weiß es nicht. Ich glaub mit Kuh. Oh, jetzt hab ich auch eine. Bam! Gut. Gut. Vorsicht, ich geh wie gesagt zum Taxi. Der ist tot. Ich gehe... Wo will ich hin? Einer steht noch hinter dem VW-Bus. Die Schuhe seh ich. Ich zieh mal auf die Beine. Alter, ich seh den auch. Zwei Stück sind da, glaub ich. Gut, da ist noch einer. Ich guck auch nach hinten. Vielleicht seh ich den unter der Lücke. Weiß nicht, hab ich den jetzt besiegt? Nein. Gut, den hab ich auch. Da ist noch einer hinbekommen. Da kommt noch einer, ja. Ich seh schon. Danke. Danke! Der müsste eigentlich... Nein, jetzt ist er aber. So. Ich hab... Da ist noch einer hinter. Ja. Hab ich auch. So, wo bist du denn jetzt überhaupt noch? Bin doch immer hier am Auto. Gut, dann komm du schon mal... Geh mal zu dem VW-Bus hin. Ich halte hier Deckung. Okay. Da gehen wir die Richtung, genau. Ich geh hier lang. Bleib du. Halt mir mal so ein bisschen. Guck du nach hinten. Du musst auch mal nach hinten gucken. Da können auch welche herkommen. Das ist das Problem. Ich geh nach vorne. Gut, bei mir ist hier alles sicher. Ich geh mal einen weiter, bitte. Okay. So, bei mir ist alles sicher. Entweder... Dann komm du auch mal hierher. Genau. Guck immer nach hinten. Genau. Richtig. So, jetzt geh du mal zu dem VW-Bus. Genau. Zu dem Stein hin. Genau. Und ich geh... Halt mir Deckung. Und ich geh hier hin. Da ist was explodiert. Ja, ich sehe... Einen hab ich gesehen. Scheiße, da kriegt ja nichts hin. Ich komm jetzt von beiden Seiten. Ich kümmere mich um die Seite, wo ich jetzt stehe. Okay, du kümmerst dich um die Seite. Um die andere Seite am besten. Dann geh ich... Äh... Nicht um die. Das ist schon richtig, was du jetzt gerade gemacht hast. Wie nun sagt mich du? Zwei Leute sehe ich hier. Oh, oh. Ich muss nachladen. Ich geh mal kurz in Deckung. Soll ich auf die andere Seite des Busses gehen? Zwei Leute hab ich. So. Ich hab glaube ich... Meine Seite ist hier glaube ich sicher. Dann geh du mal... Genau. Geh du mal in die Richtung. Ich geh mal in die Richtung. Ich geh mal in die Richtung. Ich geh mal in die Richtung. Da, 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 da. Alter Vater, ey. Wie lange braucht der nun? So, bei mir... Ich guck mal hier hinten noch, ob da alles sicher ist. Dann komm ich gleich zu dir. Bei mir ist alles sicher. Hier ist aber einer. Er ist erledigt. Der hinter dem komischen Blumenkasten, hinter der Palme war. Wo ich auch hingeguckt habe. So, ich geh jetzt... Ich komm jetzt von der Seite. Du bleibst mal bitte dort und helfst mir noch ein bisschen. So, guckst noch. Dass da keiner kommt. Ja. Ah ja. Da kommen welche. Wo? Da kommt ein Eingang, glaube ich. Haupteingang. Ah, da kommen welche. Doch, doch, doch. Ich geh das blaue Auto. Einer ist da... Ne, scheiße. Granate geworfen. Fuck. Einen hab ich. Fuck. Ich hab den... Zweiten hab ich. Hinter dem Taxi sind welche. Die kommen jetzt... Ja, ich hab gesehen. Granate geworfen. Granate und auch ausgeschaltet. Da müsste aber noch irgendwo einer sein. Irgendwo ist einer noch. Ja, hinter der Palme. Ich kümmere mich um den. Du kümmerst dich weiter um... Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Fuck, 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 fuck. Huh. Scheiße, ich muss nachladen. Scheiße. Der trifft nicht mehr. So, einer ist ausgeschaltet. Da ist noch einer gekommen. Ja, ich weiß nicht, wo der jetzt... Ich glaube, wieder in den Taxi. So. Schau, ich hab keine Munition mehr. Ich muss auf Pistole wechseln. Pistole gewechselt. Falldämpfer auf. Ich seh leider keine mehr. Ich hör aber noch nicht. Komm mal zu dir. Dann tun wir mal so ein bisschen frei. Die Straße hier. Leider nach. Muss nachladen. Entschuldige. Einer ist ausgeschaltet. Drei Leute haben wir noch hier. Ich hab nur noch die Pistole, ey. Zwei Leute sehe ich jetzt noch. Einer hinter dem komischen... Einer ist ausgeschaltet. Einer ist ausgeschaltet. Da ist noch einer. Genau der. Leider nach. Ich muss in Deckung gehen. Ich muss in Deckung gehen, sonst bin ich gleich tot. Werft Granate. Ich weiß nur nicht ob wir ausgeschaltet sind. Ich glaub ich hab zu weit geworfen. Was ist das denn für ne Waffe? Ich hab einen... glaub ich getroffen. Ja. Du hast deinen auch glaub ich getroffen. Geh mal langsam hin. Ich geh von der Seite. Ja. Scheiße. Dein ist noch einer. Ja. Wir gehen aber hier in Deckung jetzt. Der hat ein MG. Der hat ein MG. Lass mal kurz mein Leben so ein bisschen... Normalität. Ich lauf zum schwarzen Bus. Ich hab nämlich freien Raum da rauf zu laufen. Ja mach. Ich hab den sowieso jetzt erledigt schon. Aber es können auch irgendwelche noch kommen. Auch hinter dem Bus hier. Wir müssen jetzt hier wieder lang gehen. Glaub ich zumindest. Ah da ist so der Eingang. Ja stimmt. Hast recht. Wir wollten es ein bisschen spannend noch machen. Okay. Ist nichts. Ich seh auch nichts leider jetzt grad. Ne. Hier auf der Straße ist glaub ich nichts mehr. Ah ne. Wir müssen doch jetzt da vorbei an dem Bus. An dem großen wo du grad warst. Ansonsten kommen wir da nicht vorbei. Doch ich lauf mal ein bisschen schnell. Ein bisschen schneller laufen. Du rührst die andere Seite von dem Bus. Genau. Fuck da sind welche. Einen hab ich. Einen hab ich. Zweiten hab ich. Einer kommt von hinten irgendwo. Der ist ein bisschen weiter entfernt. Ich geh mal hinter das weiße Auto in Deckung. Da ist einer hinter der Palme. Den hab ich. Jetzt kommt noch einer. Na. Nein nachladen. Hast du den? Ne auch nicht. Scheiße. Ich hab den noch glaub ich nicht getroffen. Nein hast du nicht. So. Dahin kommen noch mal welche. Jetzt hab ich einen hinter dem Bus. Ich weiß nicht siehst du den? Den da genau. Den wo du jetzt grad nicht gesehen hast. Ausgeschaltet. Ich hab einen hinterm Auto. Ich glaub ich hab den ausgeschaltet sogar. Ich glaub ich hab den ausgeschaltet sogar. Ist wieder keine Munition. Das ist nicht ausgeschaltet. Lade nach. Nicht ausgeschaltet. Das hör hier nicht aus. Negativ. Den hab ich aber jetzt. Okay. Weil der ist jetzt dann hinterm Katze gewesen glaub ich. Ich dann nochmal nach. So. Hinter dem weißen Auto hab ich auch ausgeschaltet. Ich hab keinen freien Blick. auf Gegner. Vorsicht. Vorsicht. Von hinten müsste einer kommen glaub ich. Von hinter dir glaub ich. Ich hab auf der Karte nämlich einen Gegner gesehen. Der war nämlich genau hinter dir. Hier ist keiner. Okay. Ich geh mal hier lang. Da kommt einer. Warte. Schau ich. Ja. Ist erledigt. Ich geh hier weiter. Und du gehst den normalen Weg. Geh mal bis zum ähm. Nicht am weißen. Geh zu dem Lieferbus mal hin. Ja. Geh. Geh. Los. Los. Okay. Da sind aber welche. Hinter dem Taks. Ne. Taksis das gar nicht. Einen habe ich. Top. Schluss. So jetzt haben sie ihre ihre komische... Oh scheiße. Ich hab's leer. Ich muss mal kurz die Deckung gehen. Man hat mich grad schon Top. So, den habe ich, der hinter uns war. Okay. Genau, guck's an die Seite des Autos. Ich geh zum blauen Auto mal hin. Okay. Warst du das? Nein. Schießt denn da einer? Okay, langsam ein bisschen weiter. Ist das hier ein Sniper oder was ist das? Oh, mach die doch alle, ey. Da müssen wieder welche kommen. Ja, einer habe ich. Drei. Müssten kommen. So, zwei Leute habe ich jetzt abgekalkt. Einer sehe ich noch. Der kommt aber auch langsam. Ich kann noch eine Patrone bis nachladen. Komm du mal zu mir langsam. Komm, komm. Scheiße, da habe ich die jetzt gemacht, ey. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh. Youuuu. Knapp, 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 ey. Boah, fast von der Seite bei uns wäre einer gekommen. Der ist am MG, der Typ. Alter, was mit dir denn los, ey? Okay, muss man... Okay. Okay. Lade nach. Ich habe keine Patrone mehr auf dem Maschinengewehr. Ich muss auch Pistole nehmen. Haben wir die ganze Zeit schon. Boah, das ist eine Automatikpistole, alter. Okay, ich weiß jetzt nicht, da kommen wir aus dem Eingang, aus dem Hotel, kommen jede Menge auf die Ecke. Scheiße, ich muss nachladen. Ich auch. So. Lade nach. Einer ist erledigt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da noch in den Raum läuft, ey. Boah, stirbt doch. So, ich geh langsam nach vorne. Da kommen noch welche. Jetzt habe ich dich gesaugt. Wo kommt das hin? Ich weiß jetzt nicht. Da ist noch einer. Ich sehe noch einen. Ja. Ja. Oh, ich habe wieder eine Waffe. Von wo kam das? eine Granate hin. Da sind noch einige. Ja. Da ist noch einer. Ja. Ja. Ja.